So, zu sehen ist hier der Lok Z6F mit Stammholzumbau, klembernd und 10.000 Adler Windel in der Seite verbaut. Und das ist ein besonderes Highlight der Fahrpunkte, mit dem man lenken kann, das Schild auf- und abbewegen kann, vorwärts-rückwärts wählen kann und Gas gehen kann. Als Sender nutzen wir hier den altbewährten Terra.